Die CDU begeht Wahlbetrug am Wähler, die CDU versucht hinterrücks mit dem BSW einen Geheimplan auszuhacken, um Höckes Macht zu begrenzen, beziehungsweise die Macht der AfD in Thüringen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie genau das Ganze funktionieren soll und zwar berichtet die Bild, Wahltrick soll Höckes Macht begrenzen. Hier sehen wir dann, wie sie zusammenkommen von der AfD zur Wahl des Thüringer Landespräsidenten und hierbei ist es so, dass die stärkste Fraktion den Landespräsidenten stellt. Wir sehen hier Wiebke Musal ist die Auserwählte und dabei gibt es aber einen Rechtsstreit, der schon bei der ersten Sitzung das Ganze ins Chaos schützen würde. Nämlich ist es so, dass sie jetzt Landtagspräsidentin werden soll und hier sehen wir dann hier, laut Geschäftsordnung darf im ersten und zweiten Wahlgang nur die AfD, nur die AfD allen Kandidaten aufstellen, weil sie die stärkste Kraft ist. Ist immer so, ist ja auch richtig so und das ist auch hier egal, welche Partei da ist, wenn die Partei die stärkste Kraft ist, sollte sie dann den Landtagspräsidenten stellen. Das finde ich auch richtig so und dabei ist es mir auch egal, von welcher Partei, ist mir völlig egal und deswegen wird versucht, eine neue Regel aufzustellen. Ich finde es ja immer lustig, man sagt ja immer, die AfD sei ja gegen die Demokratie und dann kommt die AfD legal, demokratisch an die Macht, also ganz legal und versucht einfach mit legalen Mitteln dann dieses und jenes umzusetzen. Und dann sagt man, nee, die Demokratie jetzt wie sie ist oder die Regeln jetzt wie sie ist, nee, die passen jetzt nicht. Jetzt müssen wir sie wieder anpassen, ja, jetzt müssen wir die Demokratie wieder verändern, ja, was halt auch gar keinen Sinn ergibt, ja. Und dann kann man dann so dann das Ganze immer tricksen. Das ist ja auch eigentlich schon krank so irgendwie. Also klar, man könnte bestimmte Regeln umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dafür die Mehrheiten haben. Aber theoretisch, wenn es jetzt nach dem ginge, könnte man ja dann immer eine Art Notfall herbeizaubern oder immer so eine bestimmte Situation und dann immer sagen, ja, jetzt können wir die Regeln wieder ändern. Jetzt ändern wir die Regeln so, dieser Notfall, wie wir es ja schon vor vier Jahren gesehen haben, 2020, wo dann der Notstand ausgerufen wurde. Ach, hier ist der Notstand, jetzt können wir das Ganze hier am Bürger vorbeimachen. Wir schauen uns das Ganze noch weiterhin an und jetzt werden sie versuchen, das Ganze zu verhindern, weil sie ja die Macht der AfD begrenzen wollen, wobei eigentlich der Bürger die Macht, also das Souverän, überträgt seine Macht zur Partei. Eigentlich müsste es ja so laufen und nicht irgendwie die Parteien begrenzen die Wahl. Und jetzt sehen wir den genauen Plan, CDU und BSW beantragen eine Abstimmung darüber, ob die Geschäftsordnung nochmal geändert werden kann vor der Präsidentschaftswahl. Und es ist so, dass sie es so machen wollen, dass dann in der ersten Runde bereits jede Partei einen Bewerber schicken kann und dann eine einfache Mehrheit reicht. Also sprich, du musst keine absolute Mehrheit haben, also du musst jetzt nicht irgendwie zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit haben oder mehr als 50%, sondern einfach nur eine einfache Mehrheit. Also heißt halt einfach nur die meisten Stimmen von allen Kandidaten, ja. Und dann haben wir hier den CDU-Kandidat Thaddeus König. Keine Ahnung, kennt keiner. Und dabei haben dann BSW und SPD und Linke sich damit begnügt. Also die würden dann den Vizepräsidentenposten annehmen. Es ist ja glaube ich so, dass dann jede andere Fraktion einen Vizepräsident stellen darf. Und dann können sie dann den König wählen. Dann sagen wir, okay, ist jetzt nicht perfekt. Ist auch CDU. Okay, CDU feiern wird vielleicht auch nicht so. Aber nehmen wir mal den König. Und ja, das ist jetzt so. Hauptsache keine von der AfD. Und dann kann jeder von uns mal einen Vizepräsidentenposten stellen. Und das passt dann auch, ja. Also wir sehen ja auch hier dann Mario Vogt und Rammelow anscheinend auch miteinander am Kuscheln. Auch ganz interessant. Und wir sehen jetzt hier, dass die AfD natürlich die Ansicht ist, dass das Ganze nicht geändert werden soll. Ist ja auch richtig so. Also man kann es vielleicht schon ändern. Aber ich finde dann das als Anlass zu geben, es zu ändern, auch schon dumm. Ja, wir schauen mal, wie das Ganze jetzt läuft. Ob sie das wirklich dann ändern und ob dann das Ganze auch vor Gericht landet. Und hierbei sei es ein politischer Taschenspielertrick. Und hierbei behauptet dann Mario Vogt, dass sie immer die Opfer sein werden. Angeblich. Ich meine, die AfD wird ja auch irgendwie von allen versucht zu begrenzen. Und von jedem irgendwie, nicht von jedem, aber zumindest von den politischen Leuten wird immer versucht, die Macht der AfD zu begrenzen und die AfD klein zu halten. Also man muss auf jeden Fall das Ganze abwarten. Aber ich könnte schon mir vorstellen, dass sie das dann ändern. Und dass dann das eventuell dann, wie dieses Compact-Verbot dann vor Gericht, dann einkassiert wird. Also wir sehen dann auch hier, dass Wiebke Muser anscheinend zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie die Landtagsverwaltung betrogen hat. Okay, wie genau wird das jetzt hier nicht erläutert? Und ja, es gab dann eine Debatte um die Vollverschleierung. Okay, keine Ahnung. Ja, auch interessant, dass die BILD jetzt auf einmal da ein Problem sieht, obwohl sie ja selber auch rhetorisch auf dem ganzen Weg sind. Aber ja, wenn das Ganze jetzt misslingt und die AfD-Kandidatin dann im ersten und zweiten Wahlgang durchfällt, dann sind die Regeln für den Dritten unklar. Also wir werden mal uns das Ganze anschauen. Und ja, wir lassen uns mal überraschen. Aber es sieht so aus, als ob das Ganze Thüringen sehr, sehr schleppend vorangeht. Also im Prinzip wird das noch lange dauern, bis wir da überhaupt mal Fluss kriegen im Thüringer Landtag. Mal schauen, wie es läuft. Ich würde jetzt mal denken, dass die CDU eventuell dann mit dem BSW was eingeht oder mit den Linken oder halt alle zusammen mal schauen. Und dann werden sie es halt irgendwie wieder rechtfertigen mit, ja, wir sind ja der Seniorpartner und wir haben uns darauf und darauf geeinigt und so schlimm wird es nicht sein. Irgendwie wird es dann gerechtfertigt. In Sachsen weiß ich nicht, da müssen wir schauen, wie sie es in Sachsen machen. Vielleicht auch dann wieder mit Grüne und SPD. Brandenburg müssen wir auch mal schauen. Dann wahrscheinlich SPD mit CDU als Juniorpartner. Ja, so wird es dann laufen und dann wird es nicht viel Veränderung geben wahrscheinlich. Aber die AfD hat dann zumindest, auch eine AfD in der Opposition kann wichtig sein. Klar kann sie nicht so viel agieren, wie wenn sie in der Regierung wäre, aber besser als nichts. Da kann sie zumindest immerhin, wenn sie diese Sperrminorität hat, dann bestimmte Vorhaben auch blockieren, wenn es halt nicht so ganz passt. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr generell das Ganze sinnvoll und was sagt ihr dazu? Also sagt ihr dann, okay, die AfD sollte das dann auch machen, wenn sie zum Beispiel mehr Stimmen hätte? Oder sagt ihr, das Ganze ist legitim? Also vielleicht ist es ja legitim, aber sagt ihr, sollte man es machen oder ist es der richtige Anlass dafür? Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, teilt meine Videos weiter, haut rein und ciao. Wasent al Vielen Dank.